Hallo, wir sind SpoonTainable. Wir haben den nachhaltigen und essbaren Eislöffel erfunden. Die Basis unseres Löffels ist die Faser der Kakaobohne. Ihr kennt vielleicht diese dünne Schale außen drumherum. Bei der Schokoladenproduktion fällt die an und wird normalerweise als Tierfutter verwendet oder als Dünger. Und bei uns ist es einfach die Hauptkomponente, die wird dann zum Mehl verarbeitet, packen wir unseren Keksteig mit rein, die bietet dann die Stabilität, den Geschmack. Somit kann man mit unserem Löffel mindestens eine Stunde lang Eis essen und danach ihn selber aufessen.